So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rage! Was? Ah, unsere Basik direkt nach der Tür. Sag mal, könntest du mal ein bisschen schneller gehen, du kleiner alter Mann? Alter, das ist ziemlich düster. Ja, nach einer kleinen Pause sind wir hier auch wieder bei Rage! Das hat Marshall hier, Sicherheitscode 1228. Oh, oh. Roger Captain, willkommen zurück. Unser Gast ist bei Ihnen. Äh, tja, ich weiß jetzt noch einen Code, den kann ich jetzt eh mehr verscherbeln. Du wirst immer noch so lang sein. So. Ui. Aha. Boah, was bist du denn für einer? Okay, Leute. Hier ist unser neuster Gast. Ihr wisst, dass er aus einer Arche stammt, ein harter Bursche ist und alle Jobs erledigt, die er anfängt. Ah. Ich bin der neue Big Boss, Leute. Siehst du die zerstörte Arche dort drüben? In der war ich begraben. Oh, cool. Aber jetzt nutzt sie Lassart als Operationszentrale. Lassart? Bist du Lassart? Nö. Bist du Lassart? Schön, dich kennenzulernen. Ja, Captain Marshall war hier drin begraben. Aber ich hab die Systeme in Gang gebracht und kann so die Regierung ausspionieren und mit unseren Leuten im Ödland kommunizieren. Okay. Kleiner Hacker. Und Elisabeth. Kennst du ja? Ja. Grüß dich. Schön, dich in einem Stück wiederzusehen. Ja, danke. Danke. Dich auch. Ach, oh, cool. Aha, okay. Ja, so schau doch aus. Stimmt, es ist so, als hätte ich jeden Tag Geburtstag. Vor allem, wenn durch meine Arbeit Regierungsarschläger umgelegt werden. Nein, nein, nein. Nicht so böse ein Wörtchen. Bei uns wacht Saul darüber, dass unsere Basis weiter unentdeckt bleibt. Ihm gehört die Autowerkstatt und er hält alle Sachen schon für dich bereit. Du triffst ihn, wenn du nach oben gehst. Alles klar. Ja. Okay. Okay. Ein paar Dinge musst du wissen. Ja. Subway Town über uns ist nicht Wellspring. Okay. Die Leute dort wandern auf einem schmalen Grat. Sie halten die Regierung auf Abstand und verhandeln mit uns. Sei vorsichtig. Nimm dich besonders vor Redstone in Achtung im Boss der Stadt. Was ist das für ein Name? Er wird dich sofort an die Regierung verpfeifen, es sei denn, du bist ihm von Nutzen. Äh, wäre ja klar, ja. Das erste, was du tun musst, ist Redstone für dich einzunehmen. Okay. Schau, ob er was braucht. Sei ihm von Nutzen. Sonst bist du so gut wie tot. Ach, warum ist er nicht tot? Und dann bist du nutzlos für uns. Ja, wirklich! Du kannst dein Spiel spielen. Oh Gott. Wenn du dich mit Redstone angefreundet hast. Ja, ich schicke ihm eine Facebook-Anfrage. Krieg ein Gefühl dafür, wie die Dinge hier laufen. Ja, 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 ja. Sei ihm nützlich. Ja, ja, ja. Dann können wir mit dem ernsten Zeug beginnen. Okay. Da, da könnte ich jetzt hochgehen. Mann, ey, du kannst aber lang labern. Ihhh. Okay, das ist eklig. Oh. Regierungsmutant. Oh, es ist ein Regierungsmutant. Haha. Sonst irgendwas cooles? Nichts? Oh mein Gott. So, okay. Ich hoffe, hier kommt kein Monster. Nee, kommt kein Monster. Weil ich hab nicht meine Waffe. Oh, es war wunderbar. So. Aha. Okay. So. Okay. Hallo. Oh, cool. Äh. Okay, komm ich jetzt wieder rein. Oh, natürlich. Wieder drauf gehen. Oh. Grüß dich. Du bist also der neue Indie. Eww. Willkommen in Subway Town. Ich bin Saul. Yo. Mir gehört die Autowark. Fett. Aber was noch wichtiger ist. Ich senke diese Hebe... Du senkst diese Hebebüde-Falzregierung. Ja, was? Willst du weiterreden? Verdammt. Ich glaube, er hat sich nutzlos gefühlt, als ich gegangen bin. Please take... Okay. Soll ich irgendwas cooles hier? Irgendwas cooles? Nö, gar nichts. Oh. Was für ne fetzige Techno-Musik. Ähm, ja. Ich sollte wohl willkommen sein. In Subway Town kriegst du alles. Du willst den Rennen fahren, geh nach unten. Will ich nicht. Was will ich jetzt eigentlich machen? Ich will noch Ausrüstung. Es wird mich umfallen, Jenny. Okay. Rick Johnson, der Bar-Inhaber, hat Probleme mit Banditendesign, Schnapsklau. Ja, 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 gut. Alles, alles zu seiner Zeit. Hey, was willst du denn? Hey. Sieh dich um. Das hier ist Redstones Stach. Ach, wirklich? Er ist der fieseste Bürgermeister im Ödland. Sieh dich vor, sonst überlebst du hier nicht lang. Geht so Redstone, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Okay. Das finde keine Zeit. Ja, ja, jetzt chillt mal. Und was ist hier? Trinken darf hier nur, wen Redstone für okay hält. Und jetzt zieh Leine. So, was würde ich gerne so richtig schön runterhauen. Bist du hier irgendwie? Siri? Alter, du brauchst gerade. Oh, man, so viele Stimmen. Oh, man, so viele Stimmen. So viele Stimmen. Weck, weg, 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 weg. So viele Stimmen, das sage ich nicht auf einmal. So, okay. Wir müssen nach oben, hat man uns gesagt, oder? Hi. Willkommen in Subway Town. Jo. Hi. Wir haben hier unseren eigenen Rhythmus. Ach, laber, laber, laber. Was? Die Nähe zur Capital Prime macht jeden erwöhnt. Schaut zu und höre, welche Noten gespielt werden und wiederhole dann das Muster. Bleib dabei, wenn du das verfol- Oh, cool. Okay. Äh, okay. Äh, brrm. Ja. Oh. Ui. Okay. Oh, gewonnen. Okay. Jo. Runde beendet. Ja, ich zahl aus. Oh, hab ich dich jetzt missgünstig gemacht. Oh, jo, 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 jo. So. Was ist das? Äh, oh, hallo. Na, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas hier finde. Schlossknacki bauen. Dankeschön. Ja. Und? Peng hat es gemacht. Hat es einfach nur Peng gemacht. Kratz. Geilo. Hm. Was hat man hier? Feltritus-Halle. Eine Nachtblüte. Was zum Teufel? Hab ich schon mal gesehen, oder? Ich glaube, ich hab ich schon mal gesehen, oder? Hm. Okay. Okay, okay, okay. Management Office. Ah, Verwaltungs-Ding. Dingensen. Sag mal, wo muss ich hier eigentlich hin? Hey, bist du? Ich hab ein super Schnäppchen für dich. Aha, und welches? Hallo, ich bin's du. Fatboys für... Ich hab öfter mal das ein oder andere über und verkauf's zu nem fairen Haus. Das ist billig, oder? Willst du sehen, was ich so habe? Hm. Ja, danke. Komm öfter vorbei. Tschüss hier. Ich verkaufe immer was Neues. Ja, ja, nervt mich nicht. Mann, wo, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Kann man das mal... Ist das vielleicht hier? Hallo, mein Süßer. Oh, mein Gott. Bitte sag mir, was ich für dich tun kann. Ah, okay. Nicht so aufgeregt sein. Ich bin Janie. Ich kaufe. Ich verkaufe. Versuche, etwas Geld zu schiffeln, um mich über Wasser zu halten. Ich hab einfache und spitzen Ausrüstung. Du suchst was? Ich hab's. Und wenn ich's nicht hab, brauchst du's sichern. Ries Mutant! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Muss haben. 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 Unbedingt haben. Unbedingt haben. Ja. Inventar. Ich hab 15 Inventar. Ich komm, ich... Ja. Bitte. Ich weiß nicht, vielleicht... Ah, okay, die brauch ich. Gut, okay. Objekte kaufen. Oh, mein Gott. Für deine aktuelle Rüstung. Das ist... Oh, mein Gott. Ja, ja. Oh, ich hab ein schweres Rüstungsupgrade hier. Bitches. Ha, ha. Muss ich vielleicht hier rein? Nö. Vielleicht hier? Nö. Oh, das sieht mir danach aus. Hey, Kumpel. Ja. Lass den Boss nicht warten. Ja, hi. Hi, Liga. Du bist Marshalls neuer Mann. Oh, mein Gott. Der erinnert mich an irgendwen. Der erinnert mich an irgendwen. Die Fratz erinnert mich an irgendwen. Keine Ahnung. Du bist neu. Ja. Ich weiß nicht, wie die Dinge hier laufen. Ja. Deshalb erkläre ich's dir. Cool. Das hier ist mein Ort. Meine Stadt. Und jeder Arsch, er hat mir Rechenschaft abzulegen. Wow. Ganz. Was ich will, wird getan. Sag mal. Was? Wenn du mir also hilfst, Dinge zu erledigen, kommen wir gut miteinander klar. Äh. Wenn nicht, kann ich dich nicht gebrauchen. Kapiert? Äh, kapischa. See. Marshall sagt, du bist ein Macher. Ja. Dann wollen wir dich mal auf die Probe stellen. Ah, okay. Wenn wir ihn soll ich töten. Na. Mein Vorarbeiter hat Probleme mit Mutanten am Ende des Tunnels der blauen Linie. So. Die kriechen immer wieder rein. Ah. So. Los. Hilf ihm. Okay. Schaffst du das? Hm. Ja. Gut. Wenn du mir nützlich bist, kannst du bleiben. Danke. Zeig mir, was du drauf hast. Alles klar. Ich mach's mir die Tür hinter mir zu, Mann. Das muss man sich mal vorstellen. Ich mach's mir die verdammte Tür dir mir zu. Ah. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Was? Kannst du einem alten Mann wie mir helfen? Was willst du? Meine Muskeln und Gelenke werden alt und das Laufen fällt mir immer schwerer. Oh mein Gott. Aber ich habe von einer Pflanze namens Kometenschweif gehört. Es heißt, wenn man sie kaut, gehen die Schmerzen weg. Okay. Das Problem ist, dass ich nicht an sie rankomme. Ah. Und ich soll sie natürlich holen. Und kannst du einem alten Mann wie mir helfen? Das Zeug wechseln in den Grattern von Gearhead-Territorium. Ja, okay. Läuft. Ah. Kein Problem. Das wird sicher den Schmerz stillen. Oh, darf ich reingehen? Oh. Dankeschön. Na? Alles fit? Alles fit bei euch, Leute? Hey, du. Wä? 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 Marshall soll mit einem neuen Mann an seiner Seite zurück sein. Manche sagen, es sei jemand aus einer Arche. Oh. Andere sagen, du seist es. Ja, ich bin's. Nun, wir werden's hier sehen. Oh Gott, wirklich. Was für eine Wahnsinnskonversation, verdammt. So, du bist also Redstones neuer Mann. Ja. Willst du dir was nebenbei verdienen? Oh, das wäre gar nicht mal schlecht. Verdammte Banditen machen, um einen Schnapslieferanten zu schaffen. So unnötig. Kann hier unten kaum gutes Zeug bekommen. Ich biete dir gutes Geld, wenn du ein paar von den Banditen erledigst. Predatoren. Predatoren. Die Krieger der Regierung zählen sogar doppelt. Kriegst du das hin? Okay. Also gut, Mann. Dann mach sie fertig. Hallo, Fremder. Ich hab die besten Schwung. Ja, das ist mir schon klar, dass du die besten Spielkarten hast. Nur Jones eigene Leute arbeiten, sonst niemand. Äh, ja, 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 gut. Okay, also, muss ich jetzt da runter oder wo muss ich jetzt hin? Oder muss ich da hin? Ich weiß nicht. Muss ich hier hin? Hey. Er ist im Tunnel. Er ist im Tunnel. Wer ist im Tunnel? Aha, okay Aha, ich glaube, das sieht mir ganz nach meinem Beruf aus Ja, ganz nach meiner Tätigkeit Ja, grüß dich Das musst du sein Mein Name ist Ben, und wie geht's dir? Ich hab ein Riesenproblem Aha, bald nicht mehr Die scheiß Rotanten machen meine Arbeit kaputt Die Bauarbeiten sind fast zum Erliegen gekommen Sie müssen sich in die Station der blauen Linie gegraben haben Und jetzt kommen sie überall rausgekrochen Mein Gott Oh mein Gott, okay Halt die Mutanten auf Kein Problem Geh so tief rein, wie du kannst Und suche nach der Station der blauen Linie Ähm, ja Kann ich da durch? Hä? Hä? Wie muss ich da jetzt? Hä? Bin ich schwer vom Begriff oder was? Muss ich da jetzt nicht irgendwie rein gehen? Da, Blue Line Oder hab ich grad irgendwas nicht mitgehört? Hat er mir grad irgendwas gesagt, was ich hätte tun sollen? Nö Höh, versteh ich nicht Ich versteh's nicht Okay, warte, Moment, Moment Wir machen's jetzt so Ah ja, genau Also, Saul Ja, wir machen's jetzt gleich mal Pause Ich hab schon wieder so viel Dünnschiss im Kopf Das ist wieder Wahnsinn Aha, wunderbar Reparieren, bitte Danke Dankeschön Ötland Uh Sieht gefährlich aus So, dann machen wir ganz uns Pause Pew Wow Na, das sieht nicht ein Land aus Vielen Dank fürs Zuschauen Ich halte euch gefallen Und würd mich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Rage dabei seid Mein Name ist Ben Und ich sage für heute Auf Wiedersehen Tschüss See